hallo und herzlich willkommen und es geht gleich weiter mit castlevania 1 und der besten stelle im ganzen spiel nicht der eine sekunde genau jetzt ist original schnelligkeit gibt es hier zu sagen und zwar durch 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 rennen rennen danke ich habe zu wenig herzen danke für keine herzen ja die habe ich gebraucht ich weiß keine ahnung wie ich ihn machen soll er haut mich innerhalb sekunden tot singen laden okay ich habe immer noch keine ahnung wie ich die stelle machen soll vor allem warum dreht er sich um das hatte irgendwie an sich sich einfach so umzudrehen scheiße kann nicht vergessen ja den wollte ich kaputt haben zurückspringen drucken zum teil werfen hauen hauen medusas wenn es euch wenigstens was ich geben würde aber das war knapp nicht genau ja jetzt stirbt doch medusas ihr nervt so geht ich bin tot danke ich will ihn wenigstens einmal kurz ausreichen hier dem boss ich gehe hierhin und dann sterbe ich okay nicht gut so können ein treffer kriegen genau ja jetzt dürfte er nach unten was soll das alter kommen die stelle ist echt nicht doch die stelle ist schwer ganz einfach die stelle ist affenartig schwer folgen hier mit usa auch medusa oh gott nein noch einmal so eine axt oh mein gott ich bin tot okay ein medusa ein krieger eine peitsche eine axt noch ein medusa achs von hinten und ein medusa und noch eine axt dabei hauen und gleichzeitig vorangehen und medusa eine axt kommt und ein medusa wenn immer das gleiche und auch ein aktion hinten und ein medusa von vorne und jetzt wird die exe nach unten und jetzt kommt zwei krieger auf der erste ist tot okay der zweite krieger wirft eine axt nach unten die ich nicht ausweichen kann wird eine axt nach oben die ich auch abkriege medusa ausweichen achs von oben so und so sieht das jedes mal aus etwa so hektisch und ich habe drei teuer kriegt die sendung kommt jedes mal anders gefühlt jedenfalls laden hier die peitsche holen hier ducken okay hauen hauen springen ist blüter dass irgendein plan nicht diesen kack rauskriegen hier die haben ja ich habe die habe ich nicht gesehen das hat gepflegt alles oder ist weg ja die poten ist weg ja vergesst es doch leck mich doch da hatte ich doch lieber noch mal und vergessen das muss ich mit der peitsche kaputt haben ja meine wurfstangen sind zum glück stärker mein wurfteil so jetzt noch mal wer einfach da unten der fiesling einfach durch medusa heißt dort was hier drin geld medusa komm nein ja jetzt war nämlich mehr keiner ja kann sein dass sie was bringt aber ich bin sowieso schon wieder fast tot man sieht gar nicht wo er die macht wie unfair ist das scheiße alter wenn du es auch hinten zurück springt nein zurück springen sie solltest zurück springen nach vorne medusa kommt weiter schnell springen über medusa und erstes tor das ging auch ratzfatz ja auch gut das war knapp und jetzt kriege ich noch ein treffer springen und durch und zwei okay ein bisschen geld keine ahnung was mir das bringt okay jetzt kommt er wieder so jetzt noch mal werfen da kommen die teile ein treffer alter das war gar nicht so schlecht aber du gott es ist schaffbar okay eingesehen es ist schaffbar auch wenn sehr schwer nein nein ja es geht es geht ohne treffer oh medusa was sollst du oh nein nein alter fick dich oh wie glück nein wirft doch nicht nach unten so stirb ja toll wieder nur mit einem teil oh das war ja die teile übrigens richtig dreimal ich kann es ganz herum werfen oh gott nein alter ich hätte nur ein treffer und ich habe so viel geschafft oh gott oh gott oh gott noch mal werf werf gut naja fuck medusa jetzt mach nein arme du es auto riecht mich so auf ja leck mich doch okay jetzt rennen renn einfach durch renn durch genau das kaputt haben und jetzt werfen ich kann nur ein teil werfen wie ich meine muss zwei treffer alter so jetzt aber jetzt mal ordentlich durchgehen werf ducken wirf ah gut hau kaputt nein der wirft doch unten der spaß da ist eine unbesichtbarkeitsposten die ich haben will danke hier war die zwei drin nein hier hier ah wo war die zwei ich will die zwei haben werf na super oh nein nein oh gott alter ja wo kommst du früher als sonst das nervt mich oh man so nein alter krieg dich oh oh scheiße oh nein so alter oh was soll das oh man scheiße was ist was ähm ja was soll das whatever oh mein gott ja es ist irgendwie arschschnell ja 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 renn durch warum geht das nicht in Kesselwanger so yeah yeah oh mein gott yeah warum ist Kesselwanger nicht so einfach oh yeah okay ähm nein ähm ähm hier Kesselwanger Kesselwanger nein ich muss die Scheißstelle nochmal machen oh okay ganz ruhig ganz ruhig okay äh 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 okay schnell hoch schnell hoch das Teil machen und schnell durch und werfen ducken hier einmal hauen werfen hauen hauen naja super der wirft doch zwei Äxte genau übereinander okay irgendwo war doch eine 2 da okay da merke ich eine 2 wenn man das mit dem Kreuz kaputt macht okay hau hau wirft 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 macht doch nach unten es ist doch gut jetzt will ich es mal schaffen ich war schon kurz davor mit der 2 ist es nämlich schaffbar wenn man ein bisschen Energie hat ich Jochen guck gut lasst ganz ruhig IT H